Ich kann es, wenn ich auf kaufen gehe, also 0 EMs, aber wenn ich mit EMs kaufen gehe, kommt ups, something went wrong and you didn't get your items. Ja, bitte versuchen, sorry please, 3 again. Also, ich glaube, bitte nochmal später versuchen oder irgendwie so. Ich kann es gerade kaufen und ich habe leider nur noch 673 EMs, sonst hätte ich nämlich die anderen geholt, aber geht nicht, weil das kostet 799 und leider Gottes, warte mal, vielleicht wenn ich es einzeln kaufe, dass ich zumindest Jacke und Hose habe, könnte man vielleicht auch so machen, aber es ist halt doof, wenn man das eine umsonst haben kann, aber der geht nicht, also muss ich wahrscheinlich jetzt erstmal abbrechen, weil ich möchte schließlich nicht auf dem Boden liegen, weil es nicht hinhaut. Gut Leute, tut mir leid, ich hätte euch gern das gezeigt, aber es funktioniert nicht. Also wahrscheinlich versucht es gerade jeder zu kriegen und deswegen ist da jetzt der Surfer überlastet oder irgendwas und ohne den brauchst du natürlich nicht losziehen. Warte mal, wenn ich das einzeln hole. Ah! Aha! Das habe ich jetzt. Okay, einzeln. Dann machen wir es doch weiter so. Hehe. So. Die Hose. Aha! Gut. Kopfbedeckung. Dann holen wir es einzeln. Ah! Ja, dann klappt es doch. Dann kann ich doch gleich weitermachen. Ja, cool. Einzeln funktioniert es. Enjoy your basic. Ja, genau. Schuhwerk. Wo sind die jetzt umsonst? Ja. Man sieht jetzt die gestiefel. Die Kopfbedeckung noch. Todi, servus. Illustri, servus. Ah, die haben wir schon. Kopf. Kopfbedeckung. Ne, das ist der Schal. Genau. Gut. Jo. Dann können wir jetzt auf Eisespieler. Und starten wir wieder hier unten. Und dann würde ich sagen, Spiel starten. Normal seid ihr jetzt mit dabei. Und es dürfte nochmal zu keinem Abbruch kommen. Das ist gut bei dem Programm, bei dem Action, weil ich da wirklich auch Games switchen kann und so weiter, ohne dass ich eigentlich einen Livestream unterbrechen muss. Aber, ich habe halt das Wasserzeichen drin, weil ich jetzt noch die, noch 15 Tage habe ich es noch, oder 10 Tage, die Demo-Version. Und dann geht's los. Und dann geht's los. Und dann geht's los. So. 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 Auf da. Schneller. So. Äh. Blau, blau, blau. Die Frage ist halt, ob man da wirklich weniger auffallen mit dem Blau. So. Spiel wieder aufnehmen. So. Dann müssen wir Waffen neu laden. Da bin ich ja gespannt, wie die Waffe ist. Wir zeigen, wir laufen gleich mal da ein bisschen rum. Ja, ich habe die neue Map, die kam heute. Genau, die kam jetzt vor ungefähr, ja, einer halben, dreiviertel Stunde, nein, eine Stunde ist es schon fast her. Und da sind wir jetzt unterwegs. So, mit der Hoffnung, dass wir irgendwelche wilden Tiere hier anfinden, bissern. Bin ja gespannt, wie groß die sind. Der Wind pfeift auf alle Fälle cool. Ja, genau. So. Nochmal zurück. Wird's charitygamer.tv. Wird's auch sehr andere Videos geben. Und zwar, ich habe mir jetzt da mit Astrogon Rücksprache gehalten, dass ich da einen zusätzlichen Account mir anlegen werde und von Null anfangen für charitygamer.tv. Um wirklich mal nochmal genau die Sachen zu zeigen, wie das am Anfang ist, wenn man nur das Standartzeug hat oder wenn man nur diese Version von 2016 jetzt sich holt. Was man da trotzdem reißen kann. Und das Ganze wird dann nicht erweitert durch Kauf von neuen Waffen, sondern immer durch das, was im nächsten, also was ich dann immer durch die DVDs dazu bekomme. Damit ihr einfach seht, damit man, weil es gibt viele Schreine, oh man muss ja da immer kaufen, kaufen, kaufen. Nein, es reicht nämlich auch und das will ich damit zeigen, wenn man alle sechs Monate sich nur die neueste DVD holt. Da hat man die Sachen auch. Und es gibt noch ganz gute, bei Amazon und so weiter, kriegt man natürlich auch noch die alten Sachen von Zehanda. Die von 2012 und so und da hat man auch die Items dran. Also hier ist es mit dabei, diese Waffe hier. Die 4570, dann mit Gravur. Dann haben wir, was ist noch dabei? Ich glaube ein paar Caller waren dabei. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau, war es noch alles. So, aber jetzt wollen wir erstmal schauen, dass wir hier irgendwas erwischen. Ach ja, auch an die neuen, wie Mr. Buzz und Illustries. Wenn ihr jetzt seht, seht ihr unter dem Bild von, also unter dem Bildschirm. Ja, die Klamotten habe ich. Ja, genau, die Klamotten, genau. Die sind kostenlos dabei. Die müsst ihr euch holen. Aber einzeln kaufen. Nicht im Pack. Weiß nicht, funktioniert es nicht. Habe ich gerade getestet. So, auch für euch. Illustries und so weiter. Ihr könnt mich hier jetzt auch abonnieren. Und dann, wenn ihr wollt, unterstützen. 4,99 Euro im Monat. Ähm, äh, da gehen dann 2,50 an mich und 2,50 gehen an die Betreiber von Hitbox. Und ich habe die Möglichkeit dann zwischendrin noch Werbung zu schalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel kurz auf Toilette gehe, dann haue ich mal kurz den Werbeblock rein. Und, äh, ihr langweilt euch nicht und ich kriege dadurch ganz einfach, ja, ein bisschen Geld. Also sprich, da kann ich mich auch dann ein Stück weit voranbringen. Also ich werde das jetzt in Zukunft so machen, ich mache 5 Minuten spielen, dann gehe 10 Minuten auf Toilette, dann wieder 5 Minuten spielen. Also machen wir so wie bei RTL und ZDF, äh, bei RTL und Sat.1. Ähm, mehr Werbung mit Film. Was haltet ihr euch davon? Nein, Schmarrn, das mache ich natürlich nicht. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie entdecken wir die Tiere? Das ist alles weiß. Mal gucken. Au, 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 au. Da, 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 das ist der Hirsch. Jetzt muss ich was gucken, ähm, ob da der normale Caller geht. Der bewegt sich. Das Weibchen. Sind aber doch ganz schön groß, der ist jetzt so über 150 Meter weg. Aber doch ganz schön groß. Also man erkennt die wirklich echt weit, weil die heben sich natürlich dann auch ab. Oh, da unten ist auch was? Ein Büffel? Nein. Ach, sind da Elche auch drin? Ja, ist das genial. Aber das ist jetzt Weibchen. Das wollen wir natürlich nicht. Warum habe ich keinen Elch Caller mitgenommen? Ich bin so ein Flutbohorn. Kann ich mir den nicht geließen, weißt? Mann, Johnny, du bist doch so ein Drattel. Aber das ist cool, man sieht die Tiere ja recht gut. Also der bewegt sich eigentlich wie ein Maultierhirsch. Es soll ja noch ein sechstes Tier kommen, hat Carlos halt gesagt. Aber wenn man einen Schneefuchs und einen Schneehasen erkennen soll, das ist mir jetzt noch ein Rätsel. Naja, wir werden es ja sehen. So, die schieße ich natürlich nicht, sind weiblich, geben keinen Score. Natürlich, der erste Abschuss wäre natürlich doch wieder ähm, ja Elch, ich weiß. Der erste Abschuss wäre natürlich schon super. Weil da hätten wir nämlich den ersten Abschuss schon auf der Map, besser gesagt. Da gibt es ja auch wieder einen Punkt, einen Hunterscore-Punkt, weil man das Tier, das erste Tier davon hat. Ach, was haben wir da? Auch wieder ein Elch. Aber nur Weibchen. Also Erkennungtypen, das ist ja echt cool. Echt gut. Sittka-Hirsch, weiblich, entspannt bei Level 3. Wisst ihr was, den holen wir trotzdem. Da haben wir nämlich mit der Waffe schon den ersten Schuss, unser erstes Tier. Das sind glaube ich wieder zwei Handelscore-Punkte. Oh, 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 oh. Da merkt man noch, mit der Waffe noch nicht geschossen. Mal hinlegen hier. Die wackelt nämlich noch wie sonst was. Müssen wir warten, bis sie da ist. Man spielt hier auf dieser Map nur Winter. Man kann natürlich auch die anderen Maps nehmen, dann hat man nicht Winter. Dann hat man Frühling, Sommer, Herbst. Zum Beispiel Hirschfelden ist so mehr so der... Ah, jetzt ist ein Baum. Jetzt komm, Johnny, stell dich nicht an. So, jetzt holen wir ihn dich. Boah. Boah. Nein, ich hab die verkehrte Waffe. Alter, aber die macht einen Wumms. Und die verkehrte Waffe, ich Idiot. Ja, toll, fängt ja schon wieder super an. Da hat er sich schon wieder eingeklickt. Alter Schwede. Aber einen Wumms hat die. Boah. Ja. Die ist cool. Ja. Aber. Natürlich. Ja, genau. Falsche Waffe verwendet. Ach du große Neune. Das geht's da wohl nicht. So, wo liegt der jetzt? Ja, da hat man, da sieht man auch die Spuren ganz, ganz blöde. So, wo ist es die? Was geht's da? War die so weit weg? Da muss ich mir doch noch eine andere Waffe holen. Aber jetzt kommen die Spuren langsam da echt ziehend. Ich werde sowieso jetzt nochmal zurück gehen, weil ich möchte nämlich noch eine Waffe haben, wo man die Tiere ausschaut. Ach, da hinten liegt er. Ja, toll. Aber die macht einen Bums, also die Waffe ist cool. So. Hä, wo ist die jetzt? Hallo? Da. Ja, war ein Fehlschuss. Nehmen wir sie auf. Jetzt mal schauen. Ähm. Also das ist jetzt die Map. Jetzt möchte ich mal da hin. Und dann rüsten wir mal Waffen nochmal um. Ei, 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 ei. So. Dann machen wir es folgendermaßen. Und zwar die will ich so lassen, wie ich sie hab. Vogelschrot brauche ich eigentlich nicht. So. Dann nehmen wir nämlich noch mit. Ähm. Genau. Dich. Und dann haben wir, genau, und dann nehmen wir eine Einpackung von dir wird. So. Und Vogelschrot, brauchen wir jetzt Vogelschrot? Nö. Einen Hasen werden wir mit der 22 erschießen. Wohl, Vogelschrot ist glaube ich besser. Wahrscheinlich kriege ich es noch rein. Ja. Ja. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt Rehposten. Für den Fuchs. Und jetzt machen wir ganz normal den hier rein. für den Hirsch. Und dann hoffen wir mal, dass es den haut. Genau. So. Oh, meine schöne Hütte. Schlagschrot. So. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Oh, schaut euch das an. Eisschollen. Ob man da natürlich auch laufen kann, weiß ich jetzt nicht. Denk mal nicht. Aber wir können ja nicht springen. John Mayers zieht nicht in den Krieg. Obwohl bei der, bei der Waffe, da kannst du das wirklich meinen. Ja. Oh, das schaut schon cool aus. Da fehlen halt jetzt noch ein paar Seehunde und so. Robben. Eisbären. Eisbären. Eisbären waren natürlich auch cool. Aber, vielleicht kommt ja da noch was. Schön. Ne, also ich muss sagen. Falt mal. So. Aber natürlich, der erste Abschluss war natürlich wieder voll der Hammer. Voll der Burner. So. So, aber bevor wir weitergehen. Ich muss noch schnell ganz kurz mir was zum trinken holen. Bin gleich wieder da. Und jetzt testen wir das mal aus mit der Werbung. Haha. Entschuldigung. Ums. Bis zum nächsten Mal. Und dann noch mal wieder. Und dann noch mal wieder. Tja. Gart. Tja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Also nicht so oft im Fernsehen, aber immer öfter. Ja, also bitte Adblocker deaktivieren, weil dann unterstützt ihr mich. Und die Einnahmen gehen natürlich auch hier, zum Beispiel wenn ihr Abo macht, das 4,99 kostet, dann kriege ich hier 2,50 und davon gehen dann 1 Euro an die Leute für die Krebsstiftung. So, aber jetzt schreibe ich alles noch unten rein, das wird dann auch bei Charity Gamer sein. Und warum soll ich solche Sachen nicht nutzen, wenn man es geboten bekommt. So, dann wollen wir mal weiterschauen. Also was mir hat jetzt hier schon mal gefeift, der Wind. Man hört den Wind, ich weiß ja ob ihr das auch hört. Ich habe jetzt die Sounds komplett laut. Ich höre den Wind voll pfeifen und das ist voll cool. Was mir fehlt, ist zum Beispiel jetzt, dass man Atem sieht. Aber naja, man kann nicht alles haben. Ja, ich finde das cool, wie Hitbox das macht. Die machen da mehr wie Twitch. Bei Twitch brauchst du erst so und so viele Zuschauer und zu den regelmäßigen Turnus und dann erst kannst du da Partner werden. Und Hitbox sagt, jeder hat die Möglichkeit, egal wie groß du bist. Und das finde ich ja schon mal super. Hab direkt ein Glas drunter gestellt, kam leider nichts raus. Was hast du für Werbung gekriegt? Alkohol oder was? Ja, die wissen halt, der ruft einfach raus. So. Was war noch? Was ich jetzt vorhin nicht aufgepasst habe. Moment, ich glaube da drüben sehe ich was. Ne. Was ich vorhin nicht gesehen habe bei den Spuren. Ich habe ja die Markierung auf Rot. Da könnte eventuell sein, dass man mit einer blauen Markierung eventuell besser zurechtkommt. Das müssen wir aber mal gucken. Also ich habe ja schon immer die Rot. In Hemmendal auch. Aber hier ist es doch noch ein Touch. In Hemmendal hat man natürlich auch ein bisschen grünes Zeug. Hier ist ja alles weiß. Das ist ja wirklich krass. Ah, gleich das harte Zeug. Kartechen. Ai, ai, ai. Boah. Jetzt unterhalten die sich hier über Werbung oder was? Leute, ihr seid schon verrückt. Yeti Spuren. Yeti, Yeti ist hier. Das schaut schon aus wie irgendwelche Spuren. Ich bin jetzt gespannt, ob wir die ersten Büffel sehen. Boah, das schaut schon cool aus. Und es schneit. Ganz leicht. Ja, wenn ihr schon dabei seid bei der Werbung. Ich sehe auch genau, wann die letzte Werbung war. Also da steht jetzt bei mir, letzte Werbung vor 5 Minuten. Und ich brauche bloß Knopf drucken. Ja. Nein, zu viel darf man natürlich auch nicht machen. Schon trennen die alle schreien davon. Aber gerade bei Zockerwochenende oder sowas, wenn ich Spiel wechsle. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ich muss ja nur noch was einfallen lassen mit dem Action. Oh, 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 oh. So. Das ist natürlich auch wieder. Halt, haben wir noch? Ja, passt. Das ist natürlich auch wieder Weibchen. Wir schießen jetzt auf alle Fälle, damit ich den ersten Call da habe. Jetzt, was habe ich wieder vergessen? Was hat Johnny wieder vergessen? Ein Echt-Caller. So, kommt schon auf mich zu. Dann haben wir jetzt die richtigen drin, die schwarzen. Jo. So, versuchen wir uns noch ein bisschen ranzuschleichen an das Tier. Weil ich möchte zumindest den ersten Abschluss von dem Tier haben. Das ist nämlich wieder ein Hunter-Score-Punkt. Hunter-Score-Point. So, dann komm mal her. Auch seht ihr, dass sie den Schnee aufwirbelt beim Laufen. Ja, kommt noch ein bisschen. So, das müsst reichen. Und da liegt sie. Im Schnee. Aber da geht der Caller. Weil, hat man hat sie gesehen. Reaktion war da. Oh, Leute, ich habe einen bequemen neuen Stuhl. Echt. Voll cool. So, Leute. Da, ja, das Rote, das sieht man sehr schlecht. Von da drüben haben wir auch noch eine Spur. Ich glaube, ich werde da, wenn ich auf der Map bin, auf blau umstellen. Wirbelsäule erwischt. No-Score ist klar, ist Weibchen. Aber Trophäenwert 100. So, 40,3 Kilo. Und der erste Abschuss. Oh Mann, schaut mal mich an. Alter, schau ich aus. Uiuiuiui. Wie im Winter. Dann geht es natürlich gleich weiter. Info für alle, die es noch nicht wissen. Ach, ja. Werbung von Kelly. Aber da schauen eh alle Leute zu, die es eh schon wissen. Ha, ha. So. Bisson, wo seid ihr? Möchtet von jedem neuen Tier heute mindestens einen Abschuss. Das heißt, wir brauchen auch noch einen Schneefuchs und einen Schneehase. Und da, denke ich mal, wird es schwierig werden mit dem Schneehasen. Weil da habe ich nur die 22er Pistole dabei. Und mit der habe ich noch nicht allzu viel geschossen. Das heißt, ich schieße ja die Hasen normalerweise mit Vogelschrot. Weil dann, wenn sie erwischt, dann liegen sie. Und du brauchst nicht lange nachsuchen oder sonstiges Zeug machen. Dann sind sie dann schön vor denen ihre Bauten hinlegen und einfach abwarten. Aber ich denke mal, die zwei Arten werden wir eh schwer erkennen, weil die sind weiß. Natürlich kann es sein, dass es da auch so Farbdinge gibt zu Sonderfarben. Wie jetzt auch bei den anderen Tieren, wie ein Albino, Hirschkipp und so weiter. Aber einfach mal gucken. Ich fange jetzt an, hier einen Schneemann zu bauen, Kelly. Nein, ich habe, ja, Vogelschrot, obwohl, warte mal, habe ich Vogelschrot dabei? Ja, ja, habe ich, ah, cool, habe ich sogar dabei. Ja, cool. Ich habe alle drei Munitionsarten dabei. Ja, super, dass wirklich das eine aufpasst. Ha, Mr. Bass hat aufgepasst, super. Aber, mein Elchkoller habe ich schon wieder vergessen. Und dann ist die Frage, darf ich mit der 4570 eigentlich den Elchen schießen? Wenn nicht, muss ich ganz normales Schlachs nehmen. Mit der 12GA nur. Ich habe die abgesägte Variante, also die kurze. Das heißt, die Tiere müssen relativ nah ran, dass es funktioniert. Oder, dass ich auch gut treffe. Aber, es schaut schon schön aus hier. Nee, da ist nichts. Ich bin da gespannt, was man hier so findet. Bestimmt keine Pilze. Ja, die Spuren, die schauen ein bisschen komisch aus, die man hier in der Last. Ah, die Balme sind auch schön. Oh, der Wind, der bläst voll cool. Echt darf ich schießen? Danke. Ich bin jetzt gerade voll konzentriert, weil ich hoffe, dass ich irgendwo einen Hasenhoppeln sehe oder irgendwie einen Fuchs laufen. Aber, man sieht nichts. Ja, da wird jetzt sowieso morgen oder übermorgen eh noch mit einem Patch kommen, weil ich denke mal, war ja bis jetzt immer so, wenn neue Tiere kamen. Dann gab es ein, zwei Tage später immer noch mal ein Patch, wo das Ganze nochmal ein bisschen gefixt, weil es sind ja dann wahrscheinlich ein paar Bugs noch da. Das ist aber ganz normal. Auf alle Fälle für alle Denkmal am Samstag haben wir ja Sehanda am Zockerwochenende, ich glaube von 16 Uhr ab. Ähm, da werden wir dann hier jagen gehen. Also wer dabei ist, Carlos ist dabei, Leps ist dabei, Kelly ist dabei, ich bin dabei. Natürlich werden wir auch anpassen, wer jetzt gerade keine, 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 ähm, ne, äh, Lizenzen hat. Dann werden wir natürlich dort jagen gehen, wo ihr dann auch schießen könnt, ist klar. Also sprich, wenn ihr jetzt keine Lizenzen habt, dann gehen wir natürlich auf, äh, Lockers Point, denn da könnt ihr dann Maulzieherrsche schießen, weil die sind ja frei. Und der Hase auch. So, mal schauen, wie schaut's aus. Fünf Minuten noch, aber frisch drauf. Dipp du dirib tip, tip du dirib, tip du dirib, tip du, tip du dirib. aber keine spulen gar nichts schauen wir mal auf die map doch die map hast du auch die map die hat jeder weil die kriegst du automatisch dazu wenn du jetzt sagen wir mal du hast lizenzen ich weiß nicht ob das schon ein halbes jahr her ist wo ich dir die gegeben habe auf alle fälle kriegst du wenn eine neue map kommt die automatisch hinzu also wenn du jetzt sagen wir mal sehander von 2009 dir die dvd version kaufst irgendwo und den code eingibst hast du nicht nur die sachen von 2009 sondern alles was bis jetzt gekommen ist auch das ist ja das coole bei sehander weil die 2009 oder 2012 12 kriegs momentan für 10 euro bei amazon zum beispiel nach sechs monat hast waffen dazu und das andere items und kannst dir dann auch alles zocken müsste bis januar haben siehst du dann passt ja dann kannst du ja auch mit das versteht die frage die habe ich schon immer kann schon immer wieder mal bei mir auch bei den videos kann ich mit dir auch zocken wenn ich die version von 2008 habe ja natürlich wenn du die version von 2008 hast hast du trotzdem alle sachen die seitdem gekommen sind auch ich habe ja mai erste war 2012 glaube ich genau 2012 ich habe auch alles immer wieder dazu bekommen also das hat man automatisch dazu nur ich habe gemerkt dass die version bei steam weitaus besser läuft und weniger anfällig für eros ist oder irgendwas wie die original download version wo man sich dann den launch direkt runterlädt also ich habe das mit steam verbunden und bin da weitaus zufrieden und wenn man glück hat hat steam natürlich auch ab und zu irgendwelche so passfinder oder sonstiges noch im sonderangebot wo man sich noch mehr ein bisschen geld spart also normalerweise kostet die 20 euro 1999 rum oder 18 99 ne 1999 und bei 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 simo welt kauft 18 99 dann spart man sich ein euro und bei 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 steam da müsste ich lügen nein muss man auch nicht man muss keine extra lizenzen kaufen die hatten immer dabei aber es ist mager sind die alle beim schlafen oder was leute die tiere die sind ja irgendwo nicht da so mal was für die gesundheit tun zum blick gibt es auto laufen aber ich hatte cool aus bin ja gespannt wie es ausschaut weil es hier mal richtig schneit ob das dann richtig so blizzard mäßig kommt jetzt laufen durch die schlucht da oben durch und auf der anderen seite wieder runter und dann schauen wir mal was passiert ja also ich freue mich auf alle fähig da schon auf das auf scherz die graver tv und dann dessen die neuen projekte da und aus peter meyers wird dann mehr für action und aus spaß ja mal schauen wenn man wissen wie live video so wie immer irgendeinen scheiß einfallen lassen habe ich so viele ideen wofür ich gesagt haben das soll ich nicht machen weil dann wäre die wahrscheinlich als depp hingestellt aber egal so jetzt schauen wir mal ob wir da irgendwas erkennen da oben auf dem vielleicht läuft irgendwo ein fuchs aber schauen wir an der schaut so weit weg aus aber dabei ist es gar nicht so weit weg 130 meter schon cool die schneeverwehungen da fehlt mir dass das was was bei in australien auf der australien map ist ja cool da sieht man den sand so durch den wind wehen bisher hat man es leider hier nicht dass man hier irgendwo den schnee wehen sieht schade aber naja mal kurz gucken wo kann man hier raus hier dann ok da kommt man dann auf eine ebene oder ist ein eingefrorener wasserfall könnte hier sein da schauen wir auf alle fehler hin so was haben wir sonst noch die map ist schon ganz groß also wenn man die da anschaut wow ja wird sagen jetzt stehen wir mal auf hier habe jetzt eh nichts gesehen laufen wir ein bisschen schneller bis auf den kamm hoch so da oben da oben haben wir dann fuchs gesehen da ist laufen scheiße tschuldigung sagt mir nicht das ist ja wahrscheinlich ab weil die zu laut war da oben habe ich gerade was höpfen sehen aber das schauen wir hin vielleicht finden wir die spuren er ist auch schwer zu sehen aber wir werden jetzt gleich mal wir werden jetzt gleich mal äh reposten reinhauen in die waffe und der wind kommt jetzt hörte das wow und da sieht man jetzt die schneeverwehungen genau das habe ich gemeint ich hoffe das seht ihr auch im bild so ich hoffe das ist genauso klar ich streame ja mit 1080 ich hoffe ihr habt es dann auch mit also ihr habt 61 fps das heißt ihr müsst wirklich ein richtig geiles bild haben und natürlich auch live also ich glaube ein zwei sekunden im seite hinterher boah der wind ist genial das hört sich voll cool an ups los genau gut was wo der wind da haben wir die spur ne schnee schuhhase schnee schuhhase gibt es den wirklich ok schneehasen ok aber schnee schuhhase naja wenn die das sagen ok man kann auch zu tode kommen muss man aufpassen beim hochsteigen aber ich denke ich hab da einen fuchs gesehen da ist auch wieder die spur ja die rente dahinter gehe ich habe es nicht nur mit zurück ok buschel und ok gut an den pfötchen naja müssen wir genau anschauen vielleicht sieht falls wir ihn sehen aber ich gehe jetzt auch nicht extra zurück interessiert es mehr die map an sich und was wir schießen schießt mal und so da haben wir wieder was ist auch von dem schneeschuh hasen der name ist niedlich irgendwie hallo schneeschuh hasen die weißer stil schuhe du bist er flausig hat er ist da musste sind hier in der nähe wechseln wir noch mal so es ist die frage wo verstecken die sich also je kleiner der kreis wird desto näher sind wir da ist noch mal eine spur da oben da unten und da liegt da der schneeschuh hase da haben wir den also da muss man wirklich genau hinschauen dass man den auch erkennt also einfach ist es nicht ja gut viel flauschig ist da jetzt noch mal da ist mehr blut wie flausch aber vielleicht sieht man es trotzdem mal gucken na ja ganz schön große pfoten für die größe des hausens naja so schauen wir mal was haben wir da 1,2 kilo weiblich 18,1 meter 1201 der score css 25.1 trophäenwert 0 ja gut den habe ich auch zufetzt wo soll da jetzt noch ein trophäenwert da sein den hat es den hat es da ist vorbei aber man muss da schon genau schauen weil weißes tier weißer hintergrund sicht gleich 0 ja mei das blut gehört dazu das ist halt bei der jagd so aber dennoch ist das usk 12 also was ich natürlich nicht verstehe usk sagt 12 pegi sagt 16 aber pegi ist ja glaube ich so internationaler ding so besser fehlt uns was haben wir jetzt jetzt haben wir die zwei neue tiere das fehlt uns noch das dritte und zwar der büffel und dann haben wir eigentlich alle von den neuen tiere natürlich ist die frage wo findet man die büffel am besten ach schatzi du hättest auch geschossen du situationschießerin den fuchs brauchen wir auch noch genau den fuchs haben wir auch noch nicht doch hättest du schon da hätte ich ein ganzes magazin rein ballert habe ich doch damals 10 bei der maut hier höchst kuh weites flaches land ja da könntest du eigentlich recht haben wo haben wir hier weites flaches land hier hier in diesem gebiet ich glaube wir reisen wir nochmal zurück und gehen von dort aus nochmal los da könntest du natürlich recht haben mr bus weites flaches land so dann schauen wir mal ja gehen wir einfach da rüber und hier runter oder gehen wir einfach mal zurück schauen wir mal Richtung den see hier oh stimmt ich rufe haha danke haha ja warum habe ich das alles jetzt doppelt ach ja durch die Version jetzt ok ach ja jetzt kann ich den nicht mitnehmen was schmeißt sie jetzt raus erste hilfe hier das ist zu wenig auch zu wenig dann nehmen wir von da jeweils nur eins mit ich weiß gar nicht was der jetzt wiegt der Echrufer ah warte mal das ist doch der war Pittihofer oder äh ich brauche den anderen da den brauche ich jetzt ja so man kann die Munition wieder einladen jawohl geht da ja dann nimmt man nämlich Vogelschrot haben wir noch hauen wir das noch rein und das noch so passt die russreduzierung reicht noch den habe ich noch 16 minuten ok gut so und beim Ech wissen wir ja der gibt Antwort dann schauen wir mal da haben wir Glück und das ist schon einer der Nähe irgendwo hier würde ich auf alle Fähre auf dem Map zwei drei Zelte aufbauen und dann mal schauen wo wir die hinstellen alles mache ich in aller Ruhe ok sieht schon super aus ok was haben wir da hinten ist da was nein 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 das haben wir hier auch nichts jetzt ich hoffe die 4570 die hat wirklich einen Sound das ist schon der Hammer also da merkt man natürlich auch was für Energie das sei in so eine Kugel steckt bei so einem Sound wir gehen jetzt nicht direkt da runter weil ich habe Angst dass wir abrutschen wir laufen da schön vorsichtig runter Aufklärungsdrohne brauchen wir nicht also ich bin von dem Mr. Bassi muss sagen ich bin von dem Action Programm wirklich voll begeistert danke dass du mir das da geben hast und ich stream mit 61 FPS also sprich tausend sind 80 und über 60 FPS und das kontinuierlich das sackt nicht ab und das ist natürlich schon schön gut jetzt ist die Map ruhig es kann es natürlich sein dass wenn wir jetzt auf Fischfelden sind oder irgendwas dass sich da ein bisschen etwas verändert da unten haben wir ein Tier Oh das ist sogar ein Männchen Oh das ist sogar ein Männchen das ist sogar ein Männchen das ist sogar ein Männchen siehste das ist so schwer zu erkennen das ist nur die Frage wie also muss man das auf jeden Fall irgendwie finanzieren so da ist er so und er geht sofort auf den Call jetzt muss ich nur Waffe umändern Munition ändern die Slugs rein so dann warten wir jetzt ab bis er da ist noch ist er weg wie viel Meter 120 kommen wir mal noch mehr halt und laufen wir mal ein bisschen entgegen was habe ich da unten nichts gemischt ein brauner Fleck so jetzt geben wir mal deine Sichtungsdaten ok männlich gut muss das Level 3 haben dass man sieht was für gewicht das es hat und Level 5 für eventuellen Score dann müssen wir jetzt ganz gut ran lassen ich lege mich jetzt mal hin den müssen wir bis ungefähr hier ran lassen dass man den auch treffen richtig weil wie vorhin schon gesagt ich habe die kurze Variante der Waffe und die schießt nicht allzu weit so wir brauchen ungefähr ja da ist gut weil ich will ja auch nicht ewig lang nachlaufen na komm bleib nicht stehen schon frierst du an komm hoch na also lauf lauf ja jetzt kommt er langsam hoch schön jetzt ist er hinter der Böschung manche Tiere lassen sich halt Zeit haben sie auch so die leben ja nicht nach einer Uhr so wie wir nein das Problem ist mit den Skills die Skills ich stehe auch schon ewig lang bei 601 weil irgendwann brauchst du zum Beispiel um den nächsten Skill zu kriegen brauche ich mit der und der Waffe über 1000 Abschüsse und dann kriege ich den nächsten Skill Punkt und das ist das dauert halt eben am Anfang geht es relativ schnell nur irgendwann dauert es so jetzt wo ist der hin komm ich habe jetzt gar nicht auf dich ja ich weiß gar nicht wenn man mal schaut ich habe über 400 Videos ein Video hat ca. 15 Minuten dann kannst du mal ausrechnen wie viele Stunden ich da schon gezockt habe also eine Stunde sind 4 Videos ja dann kannst du mal rechnen das heißt 100 Stunden oder noch mehr ah da läuft er da läuft er da läuft er da läuft er so so jetzt komm her mein Freund so also jetzt hat er gerade nicht schön seine Brust gezeigt jawohl jawohl da liegt er schön dann na siehst mal ich weiß gar nicht ich habe ja über 400 400 ist ja bloß so eine ähm Kleinangabe so wo liegt der jetzt hallo äh Hirschi wow wie gut ist er noch den Tod getarnt ach da liegt er ja aber hallo so so sind der 40er Score CSS 59.8 also Mittelmaß Trophäenwert 100 Kopf Schädel erster Halswirbel zweiter Halswirbel 25,6 Meter der hat 66,5 Kilo so dann schauen wir mal dass wir den ein bisserl uns da so hindrehen damit wir seinen Kopf besser sehen jawohl genau so gut na näher ran ob meine Maus spinnt so gut jo Alex gute Nacht ja das kommt auch drauf an du musst ja immer wieder Waffen wechseln also das äh äh auch da hinten läuft was ja die ist nervös die hat den Schuss mitkriegt das Weibchen aber brauchen wir jetzt eh nicht weil Weibchen schießen wir ja nicht so naja also das ist ja ich habe ja fast jede Waffe ich habe ja fast jede Waffe und äh äh desto mehr du hast desto höher wird auch der Score und äh und umso schneller weil wenn jetzt ich eine neue Waffe habe so wie jetzt die was ich heute neu dazukriegt habe schieße ich jetzt so lang weil die äh der äh die 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 ich glaube wenn 10 Abschüsse hast gibt es 2 Punkte für den Hunter Score hast du 50 Abschüsse kriegst du glaube ich nochmal 25 Punkte und so geht es dann hoch und deswegen äh geht es eigentlich relativ schnell hoch wenn man natürlich nur die Standart Waffen hat und sonst nichts dann äh hängt das natürlich irgendwann weil man irgendwann um die 1000 Schüsse braucht damit sich da was tut was du kommst nicht mehr aufs TS was da wer ist denn alles noch im TS komisch also normalerweise ich bin eigentlich nur drin im TS für das Weibchen lassen wir dahinten stehen ah nun geht es wieder sie ist der Laps also ich habe ja fast jede Waffe ich habe auch viele äh Premium Waffen die was ja dann irgendwie dazu bekommen habe oder ja das ist immer irgendwo sauviel Zeug ok dann passt es ja Nacht Schatzi Nacht Schatzi mach ich ja mach ich ja ja so aber immer noch keine Bissons entdeckt aber mal schauen so auf alle Fälle ich hole mir nochmal schnell einen Kaffee bin gleich wieder da und in der Zwischenzeit wisst ihr was kommt haha ich muss es ausnutzen bis gleich bis gleich Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich habe es gesehen. Irgendwie hat es jetzt nicht geklappt. Wahrscheinlich habe ich falsch gedrückt. Probieren wir es mal nochmal. Machen wir mal das anders. Ich kann ja bis zu drei. Aha. Jetzt. Aha, 30 Sekunden. Ja. 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 So, ich hoffe die Werbung ist vorbei, jetzt schauen wir mal, jetzt gehen wir mal da weiter, genau. Auf jeden Fall ist das eine riesen Map. Aber meiner Meinung nach viel zu wenig Tiere, aber ich bin gespannt bei die Büffel, Büffel sind ja nun mal Herdentiere, das heißt, da müssen ja dann gleich ein paar mehr da sein. Oder sagt man da Herde, ne Herde sagt man ja beim Büffel oder? Ja, auf jeden Fall Gruppentiere. Ich bin hier dann echt gespannt bei den Büffel, die dann wirklich in mehr auftauchen. Also in der Gruppe. Titi, titi, titi. 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 heißer kaffee bei dem kalten wetter voll cool jetzt mal schauen was sehen wir jetzt hier nix ich denke mal auf alle fälle wenn die bis ans kommen die müsste man natürlich dann schon richtig hören ja ha ist es auch aber ich denke mal beim büffel brauchst du da kannst du ein elch auch damit schießen vielleicht fit werden ich noch oder was also es ist schon der burner das tier ah die waffe also wenn man doch bloß mehr in den weiß erkennen würde da muss man voll konzentriert auf dem bildschirm starren da sieht man nix kein fuchs da sieht man nix kein fuchs kein hause nichts wie big heri Vielen Dank. So Leute, habe ich jetzt was zu sagen, jetzt mache ich dann trotzdem Feierabend hier. Bin natürlich dann noch im TS. Die ersten Eindrücke haben wir gesehen. Und ja, morgen Nachmittag gehen wir dann wieder her. Werde ich dann wieder Livestreamen, so ab. 13, 14 Uhr. Und dann schauen wir mal, dass wir ein Büffel erwischen. Gut, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Obwohl, warte mal, ich glaube, ich sehe da noch was, oder? Oder, 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 oder? Oder nö. Oder nö, da ist nix. Okay, gut. Dann gute Nacht und bis morgen. Tschüss. Tschüss.